KELLAS! Oh ja, falsche Sprache. Willkommen zurück zu... Das ist hinter mir. Wir haben bisher durch ein Tutorial herausgefunden, wie man sich so bewegt, vor allem in Schattenbereichen, damit uns die Gegner, was hier hauptsächlich die Mönche sind, nicht entdecken. Was für Mönche? Ja. Unsere Mutter hat uns da einfach mal abgeliefert in so einem Kloster und scheinbar sind hier einige Kinder zur Zwangsarbeit verdonnert worden, keine Ahnung. Also ganz komisches Kloster. Auf jeden Fall möchten wir von unseren Mönchen dann nicht entdeckt werden, wie gesagt. Und unsere Mutter hat da mal einen schönen Abriss gemacht. Was ist ein Abriss? Abschied? Ah, deswegen Abriss. Und wir versuchen... Ich weiß gar nicht, was wir eigentlich versuchen. Was versuchen wir denn eigentlich? Wahrscheinlich zu entkommen aus dem Kloster. Okay. Da ich noch nicht umgezogen bin ins neue Studio, wird auch diesmal noch der alte Vorspann sein. Ich glaube generell in dieser Serie ist es noch der alte Vorspann. Aber dann geht's mal los. Mit dem neuen Studio. Aber das ist eine ganz andere Geschichte und gehört auch nicht zu diesem Spiel. Hey! Musik! Halt! So, hier sind wir stehen geblieben. Wenn du mich gerade nicht siehst, das hängt daran, dass ich in diesem Schränkchen da sitze. Ist das auch ein Mönch und der hält einfach was in der Hand? Nee, oder? Hallo? Da sind doch schon wieder diese Ratten. Und die gehen da alle rein. Episanguis. So. Ach, hier ist eine Menge los hier. Das ist der Vogelmodus, in dem ich sehe, in welchem Bereich ich sichtbar wäre für die Mönche. Äh. Da der sich da gar nicht bewegt. Die anderen aber scheinbar zeitgleich. Ja, immerhin. Dann kann ich noch Steine werfen. Zum Beispiel da hin. Und alles kaputt machen. Vor allem die Synchronität der zwei anderen Mönche. Wow. Oh. 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 Hm. Da wollte ich aber nicht. Ja. Ja. Umdrehen. So. Da war... Da komm ich. Da komm ich ja. Ha. Aha. Ich bräuchte dich mal etwa hier. Oh. Es geht gleich. Genau. Hm. Wenn man dich dann in den Schatten gehen kann. Ja. Ja. Dann... Gehe ich zu diesem Kind dahinten und inspiriere es. Oh. 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 was ist. Ich kann Panzer vonаешьen nicht inspirieren. Schade eigentlich. Dann muss ich hier unter. Äh. Hallo? Hallo? Ja. Guckst du da rein? Dass ich mich da nicht Cottage an verstecke. Ja du. Kannst du das auch? Ja, sogar besser als ich. Da war ich doch vorhin schon auf der anderen Seite. Dann gehe ich da jetzt noch mal hoch und bin schon wieder hier. Shit. Dann gehe ich den Weg noch mal zurück. Okay. Wo müsste ich wohl lang, wenn ich irgendwo lang müsste? Wo müsste ich lang? Ach, da hinten ist eine Treppe. Das sagt schon wieder keiner was. Weißt du, das ist also jedes Mal das gleiche. Ich nehme das Ding. Ich ziehe es zu mir, wollte ich sagen. Dann laufe ich da rüber. Das wirkt mir zu einfach. Ich würde diesem Großinquisitor gerne mal eine überzwirbeln. Oh, was ist denn das hier? Wo soll ich denn da langlaufen? Ah, kann ich ja sagen. Hey. Hey. Uh oh. Das ist die einfache Variante. Und hier geht's dann in das nächste Level. Die Bücherei. Mit so einem Bild kannst du mich reinlegen. Hahaha. Was? Kann ich auch? Nein. Nein, aber da stand gerade... Nein. Hier stand gerade schieben. Guck mal da. Nicht Zufall was rausgefunden. Kann ich nicht schieben. Ein bisschen Schatten auf dieser Seite. Ah, so eine Treppe da. Oh. 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 Was ist denn du da? Oh. 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 noch einfacher als ich dachte kann ich da rein ich kann da wirklich rein dann habe ich hier so ein paar viele wege die ich gehen kann ich kenne das als brettspiel wenn ich mich da hinstellen und dann stein hinwerfen dann läufst du da lang ich gehe dann da rein so lang runter da wo wir eigentlich hoch wollten okay dann können wir hier auch noch runter ist echt nicht den überblick verlieren da können wir noch runter ich bin mir nicht sicher ob da oben nicht noch was war aber ich gehe immer zurück weil da sieht so aus als wäre da noch was dass ich jetzt hier die treppen runter gehe erst und mich dann frage warum und dann so macht wenn ich hier vorbei laufen kann und und da geht auch noch die treppen runter ist der gleiche weg wie vor okay langsam ein bisschen viele wege naja schön gemacht geh mal dahin am besten beide ich kann natürlich auch den da jetzt bin ich wieder da unten und deswegen also kann ich mich vor dem da schützen wenn auch nicht direkt so jetzt bin ich zwar wieder unten oder nein mutter noch kind steuerung leck mich im ja schön gemacht alles umsonst kannst alles rausschneiden ich wollte ja da eigentlich noch weiter dann wollte ich darüber dann wollte ich dahin dann wollte ich eben aus dem weg da wollte ich eigentlich überhaupt hier da hoch wollte ich ursprünglich da geht es aber nicht hoch willst du jetzt nicht sagen dass das alles umsonst war das war ein bisschen spät hat aber gereicht nicht da runter nur nicht den überblick verlieren wenn du dich jetzt gerade fragst Mensch wie schneidet der denn das video ich weiß jetzt gar nicht wo er ist glaub mir ich weiß es auch nicht jetzt an verschiedenen stellen mal hoch und runter und und rechts und links und ich muss gestehen ich sehe noch nicht mal diese steine hier an die ich gerade hochkletter wegst du dich oder bleibst du da stehen er bleibt da stehen dann ist zum beispiel dieser weg hier völlig beschissen dann gehe ich eben da runter und ich weiß nicht mehr wo ich bin bei dem war ich definitiv noch nicht weiß ist nicht mehr es geht irgendwie weiter runter weiter runter da gab es noch so viele ich glaube noch so viele wege paralleler art kann ich da hoch und dann kann ich da oben lang und über den balken da kann ich hoch weiß es doch nicht ich könnte sagen hier guck mal dann wedelt er aber weiter den staub von den papyrus rollen dann sage ich ich habe gesagt hier guck mal sobald es aufgeladen ist sage ich hier guck mal da du musst jetzt halt hinlaufen hey wie wäre es mit da so ich will auch nicht weiter okay du willst es wissen dann mache ich jetzt so so mache ich jetzt nachdem ich dir das gezeigt habe wie ich das machen kann versuche ich es mal so rum jetzt lauf doch mal einen meter das ist doch nicht so schlimm kann doch nicht sein kannst du mir mal verraten warum du jetzt keinen schritt läufst ist das so schwer ich will ja sagen das ist mir sehr doof aber das will ich jetzt wissen wie geht das wieso bin ich so dumm das war so ziemlich das dämlichste was ich in all meinen let's plays gemacht habe also wie bescheuert war denn das jetzt bin zu ehrgeizig ich will das wissen und ich will diese treppe hoch oh mein gott ich komme hier aber auch über einen balken dann gucke ich mir das mit dem balken an weil ich glaube ich muss eher von der anderen seite kommen das heißt ich muss über diesen einen balken der hier über mir äh da hängt aber nur ein kronleuchter drin ich muss hier irgendwie anders hin hm da ist der ausgang nein ich will dieses nein wieder zurück ich muss da hoch wie komme ich da hoch indem ich da runter gehe und da lang laufe und ach was man hier wieder alles rausschneiden kann herrlich so 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 naja bis du kommst achso das war uah das war hier oh da war ich noch nicht alle kinder inspiriert na also geht da ah stimmt das waren alle das ist ja hier das ist ja hier oben weißt du das ist ja hier oben äh wo ich gesagt habe hier oben weil wuchse hier ist der gebets putze hier hinten ist der staubwedel und nur für das protokoll um diesen kreis zu schließen mache ich das jetzt so rum das war der balken auf dem ich hochlaufen wollte da kann ich jetzt was zum geier soll ich hier machen den moonwalk naja hier muss ich da jetzt wieder runter und dann äh haben wir das level geschafft also hier gibt es sehr viele wege die man gehen kann oder muss guck mal nach ob da einer drin ist haha ne ne hier auch nicht ok muss man da hinten nochmal gucken wenn wir hier die leite gefühlt zum zehnten mal schon runter jetzt und ich ignoriere euch einfach mit dir hat man das spiel schon ein paar mal dann laufe ich so rum ich habe jetzt einfach keine zeit mehr weißt du mich zu verstecken und so Sachen zu machen es ist mir eigentlich zu blöd da jetzt ganz außen rum zu laufen deswegen weil ich freu das wenn ich es so mache interessiert dich das ja würde mich auch interessieren an deiner stelle glaube ich so lang glaube ich da hinten hin oder dann äh dann glaube ich da vorbei da vorbei und sobald ich soweit bin laufe ich da vorbei und dann gehe ich da rein das sanktuarium dieses spiel scheint einfach nicht aufzuhören will ich das weiterspielen oder will ich da ein drittes video draus machen äh komm hier wollen wir dann beim nächsten mal weiter um nichts zu sagen wir beenden jetzt hier das video für heute ein zwei outtakes waren glaube ich dabei macht aber auch nichts selbst wenn nicht vielen Dank für's zuschauen und wir sehen uns dann bei der dritten folge von wir sind also wir sind das kind einmal ohne namen seitdem er heißt kind auf Dieu Dann Ich kann harden der D L 說